Wenn ich Teilnehmeraktivierung einsetze, indem ich Teilnehmende auch sprechen lasse, habe ich da auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel zum Einstieg einfach eine Frage stellen und auch sehr klar sagen, jeder sagt dazu einen Satz oder meinetwegen auch zwei. Oder ich zeige ein Foto mit einer konkreten Fragestellung und jeder sagt drei um dazu einen Satz. Dann ist das sehr klar strukturiert, es artet nicht im Gelaber aus, aber jeder ist gleich schon zu Beginn aktiv. Eine andere Variante ist zum Beispiel so eine Wiederholungsmethode oder die kann ich auch als Einstiegsmethode nehmen. Da geht es um bestimmte Reihenfolge, bestimmte Arbeitsschritte. Und da gebe ich eben das Thema vor und die Reihenfolge der Teilnehmer ist auch vorgegeben. Und dann sagen die Reihen oben, als erstes mache ich das, der nächste sagt dann als zweites, der dritte dann als drittes sowieso. Dann kommt auch jeder mal dazu, die müssen vor allen Dingen alle höllisch aufpassen. Was haben jetzt die vorherigen gesagt und wie ist jetzt mein Einsatz? Als drittes natürlich sind auch Diskussionen möglich zu einem konkreten Thema, was eben mit dem Seminar zu tun hat oder auch ein Erfahrungsaustausch. Auch da ist es gut, eine konkrete Aufgabenstellung zu geben. Zum Beispiel nenne die drei tollsten Tools und begründe, warum du die so toll findest. Das kann dann in Arbeitsgruppen oder in der Gesamtgruppe passieren. Ja, und in Arbeitsgruppen habe ich eben noch sehr viel mehr Möglichkeiten. In Arbeitsgruppen fällt es auch vielen Teilnehmern erstmal leichter zu sprechen, sich auszutauschen. Aber auch da ist wichtig, dass du eine ganz konkrete Aufgabenstellung gibst und die am besten auch schriftlich vorher auf der Folie erläuterst. Sonst diskutieren die erstmal eine halbe Stunde, was sie eigentlich machen sollen. Okay, soweit zum Sprechen. Lass deine Teilnehmenden auch mal sprechen. Tschüss.